6. Der besten Fasern zum Bemalen Schreiben Sie Ihre Gedanken mit einem neuen Marker. Mit dem Edding 4200 Porzellanpinselstift in bunten Farben erhalten Sie einen neuen Weg, Ihre Gedanken zu Papier zu bringen. Dieser Marker besteht aus einem filzigen Stift in erster 4 mm Breite mit einer lichtechten Tinte, die schnell trocknet. Er ist perfekt für den Umgang mit Porzellan, aber auch für andere Oberflächen wie Holz oder Metall. Mi encanta este Pinsel. Es bastante ligero, Y tiene una buena textura. Permette una gran variedad de colores, Y la tinta es muy resistente. Mi encanta el hecho de que püda usarlo an coalqueer superficie, incluso an Ceramica. La dura si aion es buena, Y la refeta para la tinta es sencilla. Mi ha resultado una excelente compra. Wollen Sie Ihre Wohnung mit einem wunderschönen Blick versehen? Dann ist das Malen mit Farben die richtige Methode. Mit den Deckenden Porzellanmalstiften von Creul können Sie unglaubliche Gemälde und Motive zaubern. Die Strichstärke variiert zwischen 2 mm und 4 mm, sodass Sie genau die richtige Linie finden. Die Creul 16430 ist ein wunderschönes Marker und Filzstifte. Set mit einer goldfarbenen Spitze. Mi encanta este Marker. Es muy resistente Y tiene una textura muy agrada BLE. No se pone a blanco inmediatamente, pero eso no es ningún problema. Lo único malo es que es muy lento para dibuja, pero eso es todo. Lo recomiendo totalmente. Wenn Sie Ihre Steine mit einem passenden Bild bemalen möchten, ist ein Marker der richtige Werkzeug. Dieser Marker ist aus Acryl und besteht aus 18 Farben, die Sie mit Hilfe eines Filzstifts auf Ihre Steine aufbringen können. Die Farben bleiben auf der Oberfläche der Steine und sind wasserfest. So können Sie Ihre Steine mit einem schönen Motiv bemalen, ohne dass das Motiv verwischt wird. Ich comprado este Articulo para pintar unos Quadros que tengo an casa, y no me ha defraudado. La pintura es muy fácil, se aplica con una brocha y no necesitas es mehr el ars. La calidad de la pintura es excelente, y el color que he elegido ha cuidado perfecto. La tinta es resistente, y no se derrama. Todo ha salido perfecto, y el precio también es muy bueno. He encontrado una tienda online que me ha ofrecido un 10% de descuento al comprar por meia cantidad. Para la tinta es siempre muy divertido, nuevas cosas a hacer. Dieses Bastelset mit 36 Acrylstiftensteinen ist perfekt für Sie. Die Steine sind mit einem Permanentmarker ausgestattet, sodass sie auch bei Regen und Schnee festgehalten werden. Zusätzlich können sie mit Kieselsteinen, Porzellan, Kürbis oder Papier bemalt werden. Das Bastelset ist mit einem Kinderzimmer ausgestattet, sodass die Kinder allein oder gemeinsam mit ihren Freunden ihre neuen Bastelsachen basteln können. La Qualität de estos Markers es muy buena, son resistentes Y no se pegan a la pared. Son fácil de usar Y tienen una dura C-I-O muy buena. Mi ha gustado mucho el precio, Y la variedad de colores. Y usadolos para darle forma a unos cuantos Objetos de mi casa. Wenn Sie Ihre Wohnung einrichten möchten, ist ein besonderes Zeichenwerkzeug wie Marker & Filzstifte wichtig. Z Miller Acrylstifte ist ein extra dünnes, wasserfestes Marker mit 30 Farben. Es ist in mehreren Farben erhältlich, inklusive dem leuchtenden Rot, und ist mit einem E-Book ausgestattet, das Ihnen erklärt, wie Sie die besten Ergebnisse erzielen. Mit diesem Marker können Sie einfach und schnell große Symbole oder Bilder auf Steinen oder anderen Materialien bemalen. El Acrylstifte es una herramienta muy útil para el dibujo, la pintura Y el acabado en general. Tiene una pigmentación muy buena Y una vida útil lager. Es perfecto para dibujar en madera, paredes, superficies acabadas, etc. El libro incluido explica detalladamente como usarlo. Es una herramienta muy versatil YC Ajusta Aqualquia Tipo de Superfici. Wenn Sie Ihre Wohnung oder Ihren Garten mit Spitzenmöbeln oder geschmackvollen Deko-Objekten ausstatten wollen, ist ein Lackstift mit den richtigen Farben die richtige Wahl. In diesem Set finden Sie zwölf Marker in verschiedenen Farben, die schnell und leicht auf Glas, Metall, Holz und andere Materialien einwirken. Sie können auch als Maler und Zeichner zu Hause eine tolle Ausstrahlung erzielen. Mi encanta estos Markers. La textura es muy buena, Y es muy fácil de usar. Lo recomiendo Ampliamente. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.